Musik Kannst du mir noch ein bisschen mehr Stimme geben? Ein kleines bisschen mehr Stimme. Danke. Musik Für euch, für die erste Reihe auf Konzerten, für die Menschen, die noch laut sein können und sich noch beschweren, für die, die ich auf Demos treffe, aber auch für die, die nicht nur für ihr gottverdammtes eigenes Ego-Rap, für alle Regelbrecher, alle auf Gesetzescheißer, für alle die, die sich noch für ein gutes Tag begeistern können, für alle Leute, die erkennen, dass Menschen viele Menschen sind. Musik Nichts ist so schön wie ein rebellischer Geist. Nichts ist so schön wie ein rebellischer Geist. Und es ist ein komisches Phänomen. Leute, die ihre Faust in den Himmel heben, die werden 300% schöner durch dieses Land liegen. Wissenschaftlich nachgewiesen. Musik Das fällt doch schon auf Wüsten. Musik Für die Menschen, die noch kämpfen gehen, auf Demos hinter Transparenten stehen, auch wenn die Cops schon die Kröbel in die Hände nehmen. Für die, die stempeln gehen, Reiter, die noch an Bände gehen, alle die illegalisiert in anderen Ländern leben. Musik Für die Menschen, die noch auf Wuppen, ein Schatz sich hier anzupassen. Für die ganzen anonymen Massen, die ausgebeutet tausend Träume aufgegeben haben, aber aufgerechnet einen weiter aufzuleben waren. Für die sozialistische Revolution, für verdammt nochmal alle, die die Erde hier bewohnt. Für die, die es schaffen, noch die Menschheit zu leben, und in ihren Herzen keine Grenzen zu ziehen, außer eine. Denn die mächtigen Hasen ist Verdingung zur Befreiung der entrechteten Klassen. Für Alternativen zu der herrschenden Moral, für die Freiheit und das Leben ohne Krieg und Kapital. Dieser Track ist für alle meine Kämpfer und Kämpferinnen, macht euch bewusst, dass wir wunderschöne Menschen sind. Schrei, als du laufest, du es selbst auch begreifst. Nichts ist so schön wie ein rebellischer Geist. Dieser Track ist für alle meine Kämpfer und Kämpferinnen, macht euch bewusst, dass wir wunderschöne Menschen sind. Und ihr seid wunderschön! Untertitelung des ZDF, 2020